In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man das Titelbild für ein Objekt in GWX bereitstellt. Und zwar als erstes zeige ich euch das Problemkind. Es ist nämlich das Monster. Ich gehe also im Editor auf den Object Creator und ich habe hier diese leere Stelle und die wird jetzt, wenn ich da draufklicke, erscheint ein Monster. Und da wo jetzt eben die leere Stelle war, soll jetzt keine mehr sein. Also gehe ich bei Objects, Graphics, Living, Monster rein. Und habe dort schon die Modeldatei, Monster.compound. Die kann man auch öffnen, das ist eine ganz normale Textdatei. Die sagt, welche Models wie skaliert und rotiert werden, bevor sie ins Spiel kommen. Und die kann ich jetzt auf Ansehen mit der rechten Maustaste. Und da sehe ich hier das Monster. Ich kann da auch schön mit Pfeiltasten mir die Animationen anschauen. Und was ich jetzt aber machen will, ist eine Pose raussuchen, in der das Monster angezeigt werden soll. Das wäre dann zum Beispiel die Pose. Jetzt drücke ich Tab. Und damit habe ich jetzt, wenn ich das Ganze aktualisiere, in Objects, Graphics, Living, Monster eine Datei, title.png. Die wurde mir von GWX auf die richtige Größe quadratisch zugeschnitten. So dass ich sie jetzt nur noch in die Logik jetzt einbinden muss. Und da öffne ich jetzt einfach mal das Logik-Skript in Objects, Logic, Living, Monster. Und hier unten sieht man dann den Title. Der ist auf Paxel-Objects-Graphics-Living-Monster-title.png gesetzt. Dieses, jetzt sieht man demnächst, dass ich den Dateinamen falsch geschrieben habe, in der vorherigen Version. Das ist dann auch noch ein zweiter Fehler, nämlich das M. Wie man sieht, ist groß geschrieben. Der Ordner wird aber mit kleinem M geschrieben, also Monster mit klein M. Das ändere ich jetzt schnell mal und probiere es dann aus. Und jetzt sieht man, hier ist jetzt ein Bild drin. Und das werde ich demnächst... Hier sieht man den schwarzen Rand. Und das soll nicht so bleiben, also öffne ich das ganze Bild nochmal mit der Bildverarbeitung. Ich nehme hier Gymp, weil man damit Bilder bearbeiten kann. Tolles Argument. Als erstes schneide ich aus dem schwarzen Block mir den Teil vom Monster heraus. Man sollte darauf achten, dass das Bild möglichst quadratisch ist, also genauso hoch wie breit, weil alle Icons auf diese Größe skaliert werden. Ansonsten gibt es Verschiebungen im Seitenverhältnis. Die Größe sollte auch möglichst einer Zweierpotenz entsprechen, also 128x128, 256x256 oder 512x512. Da das jetzt aber nicht so passt und das Monster dann entweder zu groß oder zu klein werden würde, entscheide ich mich jetzt für 280 als Größe und schneide das Bild dementsprechend aus. Als nächstes kümmere ich mich um den schwarzen Rand und schmeiße den raus. Und da sieht man schon, ups, das Nasenloch hat sie mitgenommen. Also nochmal zurück. Das muss ich jetzt aus der Auswahl rausschneiden. Und jetzt kann der Hintergrund schön weg und das Ganze abgespeichert als Das Ganze überschreiben wir und dann haben wir das Bild auch schon in der richtigen Größe, wie wir es anschauen können. Und jetzt mein Aufruf an euch. Ihr wisst jetzt, wie das geht. Und ihr habt gesehen, es sind noch einige Lücken offen im Originalpack. Einige Titelbilder sind noch nicht gesetzt. Hier haben wir Lücken bei einigen Objekten. Hier zum Beispiel den Vogel, den Hai, die Liane mit dem Standardobjektbild oder die Tanne oder diese Holzbrücke. Ich würde mich freuen, wenn ihr für diese Objekte schöne Titelbilder erstellt. Und das war's auch schon. Dankeschön.